In diesem Video möchte ich basierend auf Potenzgesetze a hoch m mal a hoch n gleich a hoch m plus n und a hoch m geteilt durch a hoch n gleich a hoch m minus n. Auf die zwei Potenzgesetze basierend möchte ich zwei Fragen, die viele Schüler immer wieder stellen, beantworten. Wow, es regnet nach bunten Herzen. Ach ja, heute ist der Valentinstag und ich möchte alle Liebenden und Verliebten zu dem Valentinstag gratulieren. Hier geht es aber weiter mit der ersten Aufgabe. Erste Frage Warum ist jede Zahl a nicht gleich 0? Potenziert mit 0, also a hoch 0 ergibt 1. Frage Wenn man eine Zahl a hoch 0 so zerlegt a hoch 1 minus 1 also wir können 0 als 1 minus 1 darstellen dann ergibt es nach dem Potenzgesetz a hoch 1 geteilt durch a hoch 1 Das ist aber das gleiche wie a durch a denn hoch 1 ist das gleiche wie a und nach Bruchrechnung wenn der Zeller und Nenner gleich sind das Ergebnis ist 1 damit ist eigentlich alles gezeigt. Ja, ein Beispiel Wir nehmen 1000 hoch 0 Das wäre 1000 hoch 1 minus 1 oder 1000 geteilt durch 1000 und das ist gleich 1 Die zweite Frage lautet Warum ist 0 hoch 0? nicht definiert Fragezeichen Warum ist 0 hoch 0 nicht definiert? Wenn wir mit 0 hoch 0 das gleiche machen würden also den zweiten Potenzgesetz anwenden würden dann dann sollte 0 hoch 1 minus 1 stehen und das wäre 0 hoch 1 durch 0 hoch 1 nach dem zweiten Potenzgesetz und das ist gleich 0 durch 0 Und hier werden Probleme auftauchen beim Teilen durch 0 oder beim Dividieren durch 0 die nur bei den Grenzwerten berechenbar sind Die Schüler die Analysis und Grenzwerte von den Funktionen also Grenzwerte diejenigen die das schon kennen diejenigen die das schon gelernt haben die müssen immer wieder untersuchen wie sich diese Grenzwerte beim Geteilt verteilen und werden erst dann viel mehr erfahren dass 0 durch 0 unterschiedliche Ergebnisse bringen kann Im Allgemeinen so wie diese Aufgabe kann man überhaupt nicht behaupten was 0 geteilt durch 0 ist Daher wird 0 hoch 0 als nicht definiert bezeichnet Weitere Videos zum Thema Grenzwerte oder Potenzgesetze findest du auf meiner Homepage Viel Spaß damit!